So, also wir sind gerade jetzt einfach beim Brennstab dabei. Er schießt trotzdem auf uns, also das interessiert ihn kein Stück. Mal gucken wir jetzt mal. Kriegt er jetzt rüber oder so? Schnell! Was für die Dinge abgenommen? Idiot, klar. Und runter. So ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir kommen jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Wir müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarz. Schick sind sie aus. Oh. Diese Laufzug führt direkt zur Station. Alles läuft und ist unter Kontrolle. Ich weiss noch nicht, für wie lange. Kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ullmann wartet dort mit einem Geschenk. Oh. Munition. Ciao, Atyom. Unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Arten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben können. Städte wieder aufbauen können. Und die Metro-Tunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Also die Scheiße genauso wieder wie hier von vorne. Und das ist dann irgendwie da, wer zuerst Atombomben schmeißt und... Ja. Sehr schön. Tolle Zukunftsperspektiven. Sagern Sie mal, Obers, ist es reich, Superman zu sein? Zur Hölle mit Ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Atyom und ich gehen zu Ostankina, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turben zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar. Dankeschön. Gut. Gehen wir, Atyom. Viel Glück, Leute. Bis später. Wenke, wenke. Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Ja. Wie immer halt einfach. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev Theater hoch. Der Ostankino Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem eine Geschichte begann. Ja, das ist ja genau das. Genau. Genau. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Ja, das ist ja schön für ihn, ne? Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Genau, das war die Situation, wenn ich mich umarbele. Kann nicht irgendwo das Toilet holen. Holy fuck. Achtet auf eure Gehrseite, Jungs. Scheiße, Feuer frei! Oh. Ey, ich hab... Ah, du bist jetzt immer Besicht gehabt, hier, ne? Auch noch. Voll die Action. Das sieht so süß aus. Ja. Bist du in Ordnung, Action? Jo. Die Horde hat sich gestreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tuch zu erreichen. Na dann, komm. Hören nach, Action. Bleiben los nicht sterben. Von rechts. Von rechts. Los, los, los. los, los, los. Na komm, wir laufen schon durch, Alter. Artyom, das ist doch nicht alles. Geh zurück. Das ist einfach so ein Schwachsinn manchmal in dem Spiel, da kriegst du echt, oh man. Also, dann darfst du nicht zu weit vorlaufen, du darfst nicht hinten bleiben. Ja, ja. Das ist manchmal so merkwürdig, wie das Spiel in manchen Situationen anders reagiert, dass man echt kotzen könnte. So, da habe ich viel für, da habe ich wenig für, da habe ich gar nichts für. So. Krieg mal das nächste große hin, da. Oh, das ist nicht so. Ist schon wieder irgendwo. Oh, da willst du mich verarschen. Oh, das ist nicht so. Schnell, raus hier! Schnell, raus! Schnell, wir schaffen das! Artyom, schaffen wir diesen Raum an. Schast, geschaff! Ist das denn, das wird eine Geschichte? Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken auf Scheiße. Alles klar! Los, 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 los! Ich habe sogar schon das Licht ausgemacht, Alter. Ja, aber ich will vorher gucken, ob hier nicht irgendetwas anderes ist. Alter! Wie? Ja. Siehste? 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 Das Schlüssel? Hatte ich hier noch einen? Nö. Ich habe vorher keinen gefunden gehabt. Ähm... Wieder ärgerlich hier. Wieder ärgerlich. Ist denn nirgendwo was? Nicht aufgepasst, ob es irgendwo was gibt. Bestimmt da hinten in dem Teil, wo er sagt, oh guck dich hier mal aus. Ja, da hinten ist bestimmt irgendwas. Nein. Ja, einen Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist mehr. Leichter gesagt als getan. Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Also, bewegen kann ich mich nicht. Das ist gut. Wow. Wieso weiß? Ich kann nicht hochkommen. Da ist es jetzt offen. Scheiße! Oh, schön. Joa. Ullmann, bitte kommen. Wir sind im Tor. Das Zeeling von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Ratio. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. So, hole schon. Verstecken. Verstecken. Wir laufen. Wir laufen. Wir versuchen einen Weg zu finden, Artyom. Nee, Artyom hat jetzt keine Lust. Artyom stirbt lieber. Das ist ja echt. Stirrt du Stück Scheiße! Lauf auf die Hände! Tschu, tschu! Pustust du schon weg oder was machst du da? Auch nicht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, so geht das auch. Willkommen zum Spielladen-Simulator. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Gut, Gerner. Mhm. Bitte kommen Nullmann. Wir haben gerade ein paar den Boden abgewählt. Geh noch weiter hoch! So. Mhm. Teuer. So. Und jetzt? Jetzt haben wir die Scheiße. Ja. Der sagt doch nichts mehr, ne? Ich dachte, der bringt noch irgendeinen dummen Sport oder so. Ja. 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 Was war das denn? Wer ist hier? Willkommen Artyom! Irgendwas blockiert das Signal! Willkommen Artyom! Willkommen! Hm! Zuck! 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 Hier gibt's nicht längst... Hm! Ach ja... Wie ich das liebe... Wenn so'n Shooter auf einmal zu einem Jump'n'Run verkommt... Wo man dann immer drauf achten muss, wo man drauf tretet... Kann ich da hoch? Juhu! Also dafür war es nicht gedacht... Super! Okay! Alles klar! Hier muss ich aber einmal rüberspringen... einmal hier runter... Warte, warte! Wollen mich alle verarschen? hopefully... ... warte. Also doch in den Raum... Schnell die E-Taste, ich drück die E-Taste, ich drück die E-Taste, ich drück die E-Taste. Obwohl, da standen jetzt wegen E-Taste, oder? Doch jetzt. Noch eine E-Taste? Ach, schon ist das Killer, oder? Einen Filter, schnell wechseln. Komm ich irgendwo wieder hoch? Hä? So, was, was sollte mir jetzt die Werbesendung sagen? Da? Ja, alles klar. Au. Warum? Bitte kommen, Artyom! Bitte kommen! Das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch. Dann kriegst du das. Du wirst aufgehalten werden. Aber vor allem. Du wirst aufgehalten werden. Aber vor allem. Was ich ja sehr schade finde, dass sie es nicht geschafft haben, diese, äh, hier mal verschiedene, äh, ja, die die Synchronisation gemacht haben. Das wär was gewesen. Schöne Synchronstimmen, irgendwie. Oh. 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 Okay, hier komm ich nicht weit. Oh. 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 Das hat ja ganz neu in Bedeutung her. Oh. Oh, nicht. Toll war der, sehr einfallsreich. Hey hey! Genau. Du wirst aufgehalten werden werden. Ja so habe ich mich auch mal gefühlt nachdem ich so viel gesoffen hatte es ist das das manchmal ist das ja also dass man darf nicht in die rein laufen also da kann jetzt kann ich so das heißt denn wenn er kommt muss ich weg laufen so auch schon geil gemacht so ne was noch nicht mehr ok wenn ich jetzt wieder zurücklaube oh oh dann wieder zurück nein ich gebe nicht auf das werde ich nicht tun ich darf das ich darf das nein steh auf hat schön hüpfen ja Oh, also es ist, es ist, langsam wird es echt lächerlich, sorry, also ja, es ist, alter Schwede, ja, dann mach die Kacke jetzt hier. Mach die Kacke in die andere Richtung, mach die Kacke einfach jetzt, so. Das macht ja überhaupt gar keinen Spaß, ich kann sowas überhaupt nicht ab, wenn ich immer irgendwo doof rumrennen muss und dann einen Fehlschritt irgendwie das Ganze wieder zunichte macht. Ja, Videospiele sind meistens ja so gemacht, aber das, was es gerade macht, das regt mich echt richtig auf. Ich laufe jetzt die ganze Zeit mal nur gerade aus und hoffe einfach, dass ich rege auf. Ich darf, ich darf alles. Ah, okay. Das geht zum Beispiel nicht. Nein. So. Da kommt ein Böser. Ja. Hunter. Ist es feindselig, töte es. Ja, er darf nicht zerstören, aufhalten. Wen habe ich jetzt getötet? Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs. Ja, jetzt genießen wir das Ende vom Metro 2033 Redux. Ja, jetzt bin ich bis dahin. Was ist das? Ging da nicht auch etwas verloren? Wo ich dann halt neu versuchen musste. Ja, ich hoffe, ja wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte ein Gefällt mir da. Falls ihr mehr sehen möchtet, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Dann gibt es da hier, wenn ihr denn die Birne oder so, die Klingel könnt ihr aktivieren. Dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn da eine neue Folge von irgendwas kommt. Als nächstes werde ich wohl wieder Skyrim weiterspielen. Ich wollte unbedingt Metro 2033 Redux durchhaben. Lag ja auch zu lange zur Seite. Eigentlich müsste ich noch Witcher 3 auch noch durchspielen. Das wollte ich aber eventuell sogar wieder ganz von vorne anfangen. Und das denn nach Skyrim. Weil das hat das Spiel eigentlich verdient. Das Spiel hat ja es eigentlich auch verdient. Nur, ach, man kann nicht immer alle Videos löschen und dann immer alles so machen, wie man es gerne neu hätte. Ist ja klar, machen welche. Ich mache das nicht. Man sieht immer seine Anfänge und wo das hinführt. Und dann guckt man auch immer, dass es nachher im Schluss so, ja die Qualität immer besser wird. Neues Mikro, ein paar andere Zusätze, wo alles ist. Gut, ja, ich hoffe das hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.